ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrt camper wir haben zwar erst vor kurzem ein video zu den osram nightbreaker leds veröffentlicht aber es sind so viele fragen so vieles was wir euch erzählen wollen dass wir gedacht haben wir machen jetzt ein wissenswertes video und das gibt es nach unserem intro ja vorgestern haben wir die osram led nightbreak oder nightbreaker led h7 leuchten eingebaut ganz wichtig dass es hier keine werbeveranstaltung für diese lampen wir sind bloß davon überzeugt das muss man dazu sagen wir werden auch nicht gesponsert gar nichts und trotz allem dachten wir es wäre zeit für ein wissenswertes video es ist das allererste was unter der rubrik wissenswert ich fand die namen so schön deshalb haben wir den so genannt 1 wollen wir auch noch dazu sagen also alles was wir natürlich jetzt hier recherchiert haben und so weiter das sind natürlich keine verbindlichen rechtsgültigen hinweise das muss man auch dazu sagen falls also sich dort irgendwelche ich sag mal gesetzesänderungen ergeben oder so was dann ist das natürlich auch immer ja logischerweise muss man da immer nachlesen wir haben ein paar punkte hier aufgeschrieben in unser wunderbares wird zeit zu reisen regie buch wollen wir auch immer sagen aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen wir wollen wirklich bei dem thema led osram bleiben und das erste thema was wir haben werden ist der preis das ist eine thematik der preis wo man immer sagt 110 euro boah das ist doch so teuer und wir blenden euch jetzt auch tatsächlich mal ein preisvergleich an und zwar h7 halogen zu h7 led genau das ist natürlich wirklich ein hammer unterschied einmal 19 euro 55 und einmal 110 euro da sagt man wirklich da kann die led von osram nicht mithalten preislich geht es nicht weil die sind wirklich in dem moment teuer aber der moment ist auch erstmal nur ein moment wir haben dann noch etwas weiteres das blenden wir euch jetzt ein eine sogenannte led variation da ist drinnen einmal ein zusatzscheinwerfer wer aber nur das fernlicht ist also nicht das abblendlicht das gibt es nämlich so erstmal gar nicht oder halt als arbeitsscheinwerfer gilt das muss man auch dazu sagen genau dazu braucht ihr aber ein kabelbaum und auch ein wippschalter denn ihr müsst es ja irgendwie an machen und schon sind wir wenn wir das mal hochrechnen bei 94 euro also kaum günstiger als diese leds genau man kann aber auch eins noch vielleicht dazu rechnen denn es muss ja irgendwo am fahrzeug befestigt werden je nachdem was ihr für ein fahrzeug habt und je nachdem wo ihr das befestigen wollt müsst ihr gegebenenfalls auch noch mal zusätzliche befestigungshaken oder was auch immer dazu kaufen das darf man auch nicht vergessen wird man noch ein bisschen teurer und ihr müsst in die karosserie ja was einbauen weil irgendwo muss ja der schalter genau lehren muss jedenfalls ins blech reingeschraubt werden oder irgendwo muss halt auch das kabel durchgeführt werden und so weiter und so fort und das ist der vorteil von diesen leuchten hier rausnehmen reinstecken das ist auf jeden fall plug and play also sehr einfach das einfach mal als erstes so der preis vergleich jetzt gucken wir uns mal was müsst ihr unbedingt beim einbau beachten das ist auch so ein punkt du hast das ding eingebaut du hast darauf einiges beachtet wir haben es im video nicht unbedingt gesagt weil wir haben es nicht im detail erklärt weil wir nämlich eine anleitung dabei haben so diese anleitung kommt zu jedem paket dazu und als aller allererstes denn da wurden wir auch noch mal darauf hingewiesen dort steht man soll sich die abg runterladen sowas ist eine abg und das ist die abg für diese led scheinwerfer die besteht aus mehreren seiten in dem fall haben wir jetzt 14 seiten genau die beinhaltet dann welche fahrzeuge dazu zugelassen sind die beinhaltet welche um welche lichter es sich gerät und so weiter und so fort also das muss natürlich als allererstes erst mal runter geladen werden und dieses macht man mit einer nummer die auf dem also qr code was auf der packung drauf ist also als originale legitimation sozusagen und dann wird man im endeffekt auf eine internetseite geleitet wo man dann die packung mit den seriennummern vergleichen soll die ganzen leds haben sozusagen eine seriennummer die da drauf steht und die soll man als erstes vergleichen das haben wir natürlich getan und haben die dadurch dann erst eingebaut so haben wir so nicht gesagt wir hatten noch mal auch einen tipp bekommen weil wir das in einem der kommentare danke dafür für die information auf jeden fall es ist nämlich sehr wichtig dass als allererstes zu machen und nicht die dinge einzubauen und dann hinterher zu merken jetzt muss ich diese seriennummer noch mal prüfen jetzt muss ich ja wieder ausbauen also auch wenn es schnell geht aber die arbeit die kann man sich ja nur sparen genau also wird sich so wie es hier drin steht hinten auf der verpackung stets am einfachsten schon das so machen und schon seid ihr auf der sicheren seite genau nächstes themengebiet heißt bei uns abg wohnmobileintrag wir könnten jetzt viel berichten über diese osram nightbreaker led wie gesagt den namen sagen wir immer wieder weil so heißen jäger noch mal zum beispiel über dem polo wir sind aber ein kastenwaren wohnmobile reisevloggedöns video kanal ich glaube da macht es sinn dass wir auch mal ganz speziell auf das thema wohnmobileintrag gehen und dort ist für euch schon mal wichtig kastenwaren teil integrierter und da kann stefan euch was zu sagen genau also es ist so ein bisschen im internet auch so eine reine verunsicherung geworden mensch ich habe doch eigentlich ein wohnmobil und mein wohnmobil steht ja gar nicht damit drin hier sind nämlich aufgeführt in dieser abg oder beziehungsweise in dieser betriebserlaubnis und auch auf der seite von von osram unter anderem adria lmc und was haben wir noch eins war noch und zwar ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau hümer war es genau das waren die drei marken mit unterschiedlichen fahrzeugen wenn man sich diese fahrzeuge einmal genauer anguckt handelt es sich dabei um voll integrierte denn voll integrierte haben normalerweise nicht mehr diese automatischen also die serienmäßigen scheinwerfer logischerweise müssen dort andere rein weil sie ja auch eine ganz andere karosserie haben und dort gab es ein paar abnahmen die für die voll integrierten sozusagen auch gelten das heißt aber nicht dass euer fahrzeug auch wenn es hier in unserem fall ein kartago fahrzeug ist dass es nicht zugelassen ist denn die basis ist hier der fiat ducato und der die basis ist auch das modell je nachdem was es halt ist ob es das ältere modell oder das neuere mit dem facelift betrifft und dort gelten auch die dementsprechenden regel regelungen denn die ganzen scheinwerfer sind alle original darauf ist natürlich zu achten ich darf natürlich diese led licht nicht in einen scheinwerfer rein bauen der nicht dem original fahrzeug zustand betrifft also das heißt wenn ich jetzt zum beispiel ein aus dem zubehör einen anderen scheinwerfer eingebaut habe darf ich die dinger natürlich dort nicht einbauen aber für alles andere ist das kein problem denn dort steht auch die scheinwerfer genehmigungs nummer und wenn diese genehmigungs nummer auch übereinstimmt dann passt auch der rest und dann könnt ihr die dinge auch ohne probleme und ohne bedenken verbauen also kurz gefasst beim kastenwagen teil integrierte wenn die bauteile gleich sind wie dort beschrieben geht es ohne probleme beim vi also bei voll integrierten sind nicht alle vertreten und die die eingetragen sind das könnt ihr dort entsprechend nachlesen das glaube das gibt ja auch auf der internetseite also bevor ihr die abg oder wie wir sie eigentlich immer den abg ist immer irritierend guckte aber nach und dann seid ihr auf nummer sicher nächstes thema ist die zulassung alle fahrzeuge die in der abg aufgelistet sind oder halt auf der internetseite von osram und die fahrzeuge sind in deutschland zugelassen die dürfen diese nightbreaker led verbauen also aktuell die in deutschland zugelassen fahrzeuge dürfen genutzt werden so fallen sie in dieser liste mit auftauchen wichtig dabei ihr müsst ein rechts lenker also es ist ein rechts lenker fahrzeug beziehungsweise ihr müsst euch im rechts lenker verkehr also im rechts verkehr befinden um diese dinger zu benutzen also großbritannien no 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 das ist links verkehr und da müsst ihr die dinger wenn ihr dorthin wollt in dem fall dann ausbauen in die h7 wieder zurück rüsten was ich gerade sehe wir noch nicht irgendwie als vorteil hinterlegt haben das ist auf jeden fall ein vorteil weil ihr braucht einfach nur die h7 dann in der packung wieder reinpacken und wenn ihr nach englern sollte einfach wieder austauschen das ist das schöne an diesen lichtern ihr könnt sie ganz einfach wieder austauschen es ist plug and play dann gab es eine frage bei uns im letzten video ob sie denn in österreich zugelassen sind und da habe ich einfach mal das blende ich euch gerade ein nach dem dritten versuch bei osram automotive bei facebook habe ich selber angeschrieben und da gibt es dann wirklich die information es wird schon bald ein update geben also osram ist dabei auch in den anderen in den anderen eu ländern die genehmigungsverfahren durchzulaufen da handelt es sich um fahrzeuge die in den anderen eu ländern zugelassen sind wenn ihr also in das eu ausland fahrt ist das natürlich kein problem dann sind diese teile weil euer fahrzeug in deutschland zugelassen ist und da geht diese abg natürlich auch dann sind die natürlich zugelassen und da dürft ihr auch weiterhin damit fahren denn es betrifft dann den wie heißt es bestandsschutz oder bestandsschutz ist es dann wenn die zulassung abläuft wie heißt es noch gleich den auf jeden fall gilt das im zugelassenen land die ja die zulassung sozusagen die regelung sollte uns der begriff wieder einfallen dann schreiben hier rein ist schon längst angezeigt frankreich können wir euch auch nicht sagen bitte fragt direkt bei osram nach die kollegen antworten ziemlich schnell genau das ging sehr schnell also probiert einfach dort aus fragt danach ich gehe davon aus das dauert nicht lange dann wird auch osram in anderen ländern diese sache rausbringen denn das ist wirklich ein sehr gutes tool nächste kategorie in unserem bereich wissenswertes ist das thema ist das thema vorteile led lichter und dazu kann euch stefan einiges berichten ich schaue auf die uhr dass es natürlich nicht zu lang wird also die vorteile von led licht ist natürlich klar es ist erst mal heller so dann haben wir ich glaube ich muss es ablesen weil wir haben uns das natürlich zusammengeschrieben aber ich kann es mir natürlich auch nicht alles direkt merken das ganze ist natürlich durch die farb temperatur also 6000 kelvin ist es natürlich nicht so ermüdend weil es ist halt blankes weiß dann haben wir eine wesentlich längere lebensdauer und zwar fünf mal länger so ist es zumindest von osram angegeben generell hat man halt eine längere lebensdauer und es ist natürlich das hatte ich gesagt heller und dadurch erhöht sich auch die sicherheit die sicherheit im verkehr so wenn ihr also auf der landstraße unterwegs seid und ihr seid dort irgendwo unterwegs wo ihr vielleicht rehe an der seite habt oder so dann seht ihr diese einfach schneller das ist einfach so so und damit ist die straße natürlich auch besser ausgeleuchtet und ihr habt ein höheres unfall vermeidungs wie heißt es man kann schneller den unfall vermeiden so weil man halt schneller das ganze sieht ja so viel zum thema vorteile des led licht letzter punkt bei unserem wissen wert ist video ist die variationen weil wir hatten ja am anfang gesagt man kann ja led lampen so machen und es gibt ja noch andere möglichkeiten xenon zum beispiel wir haben uns dann mal schlau gemacht versucht schlau zu machen müssen wir sagen denn wir haben es nicht gefunden vielleicht kennt ihr es dann bitte rein in die kommentare und zwar stvz o stv oder stvz o nennt sich das zugelassene led scheinwerfer also wechsel scheinwerfer das also sprich den scheinwerfer komplett auszutauschen genau die die wir haben rausnehmen led scheinwerfer reinzumachen haben wir einfach nicht gefunden und wenn wir das jetzt hier umbauen würden von h7 halogen in xenon denn dafür gibt es für den ducato was ja da sind wir aber bei ein und umbauten ab 2000 euro aufwärts genau nur mal den preis zurück zu erinnern was haben die gekostet da sind in der variante die nicht wirklich teuer wenn man auch wert auf das bessere licht und wir machen hier doppelt das ist ja abblendlicht fernlicht beides dabei noch mal 220 euro wir waren gerade bei xenon ein und umbau ab 2000 euro es gibt auch noch ein andere preisvergleich die man nehmen soll weil wir kennen uns durch den vw bully deshalb wollte er unbedingt die led licht haben er war so verliebt in das led licht ja das ist denn so die original variante bei fahrzeugen also wir haben es jetzt einfach mal so ein bisschen verglichen mit dem vw bus die vw bus variante wenn man dann das original led licht dazu nimmt das lag so um die 1800 euro und dann aufwärts je nachdem was man dann auch noch nimmt ob man da noch zusätzliche systeme nimmt oder halt nicht ist das schon ordentlicher kostenblock so das ist natürlich original logischerweise aber was ist denn eigentlich wenn mal was kaputt geht bei den dingern okay das sollte jeder wissen ich nehme die teile raus hol mir neue und packen die neuen rein also eigentlich lampenwechsel kein problem ja bei den original scheinwerfern wird es aber echt interessant denn das wird teuer es darf erstens nur eine fachwerkschaft machen das steht in jeder betriebsanleitung drin und das zweite ist wenn die dann hand anlegen müssen die meistens sogar entweder den gesamten scheinwerfer tauschen oder sind mit steuergeräten und so weiter und so fort also das wird auf jeden fall richtig teuer und da haben wir so ein paar sachen rausgefunden die mal ganz schnell ab 1500 euro oder auch sogar 2000 euro kosten wenn man das ganze dann wieder in den stand setzen will also von daher eine echt echte alternative zu den originalen und natürlich auch eine wesentlich günstigere alternative das muss man auch dazu sagen also da kommen wir wieder noch mal zurück zum punkt kostenfaktor weil viele gesagt haben das ist zu teuer dass das geht doch gar nicht klar 200 euro sind eine menge geld aber im vergleich zu den originalsystemen von den herstellern ist es eine gute alternative und es ist weitaus weniger geld als die originalsysteme gerade wenn die reparatur angeht wir gehen wir bei dem standard aus ihr könnt euch zehn mal diese lampen also dort im doppelpack leisten für eine reparatur wenn die normalen scheinwerfer kaputt gehen also die wenn es led oder xenon die original das muss man einfach dazu gut der fiat hat natürlich selber keine es gibt natürlich bei fiat keine reinen led licht systeme also das ist halt klar oder auch xenon lichtsysteme sondern das gibt es dann alles natürlich nur aus dem zubehör ja das soll es gewesen sein das war unser wissenswertes das waren die fragen die wir jetzt schon bekommen haben deshalb haben wir gesagt wir machen schnell ein video so ein bisschen quick and dirty kann man schon sagen wobei so dirty hoffentlich war es nicht wenn das euch gefallen wenn euch das video gefallen hat dann gerne ein daumen nach oben geben das freut uns denn das war doch ein bisschen arbeit das alles heraus zu bekommen aber es hat uns spaß gemacht natürlich und für euch machen wir das auch sehr sehr gerne dann würden wir sagen bleibt uns gewogen bleibt gesund passt auf euch auf und dann sehen wir uns schon sehr 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 bald wieder bei einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrt camper so ja 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 ja